Na, hey, ich bin der Jey. Willkommen, willkommen zurück hier auf meinem Kanal und bei Hades Early Access Long Winter Update. Und ja, es ist Sonntag 17.40 Uhr bei mir und während meine Joy-Cons noch aufladen für die nächste Runde WingFit Adventure, kann ich schon mal die ein oder andere Folge Hades aufnehmen. Jawohl. So, wir werden mal sehen. Wo sind wir denn stehen geblieben? Ich habe absolut keine Ahnung. Das war gestern. Das war gestern. Hypnos ist wieder hier. Hypnos wurde zusammengeschissen, das weiß ich noch. Ach ja, danke. Danke. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war es bloß reine Doofheit von mir. Aber gut, dass du mich dran erinnerst. Was ist denn? Du? Was ist los? Echt jetzt? Ich habe Nix geordert, diese Liste zu überprüfen. Entsprechend ihr Problem, Junge. Und sicherlich yours. Wie fühlt es sich, dass deine Rampage die Neuheit für so viel Maintennung so gut geführt hat? Oh, ja, ganz gut eigentlich. Es fühlt sich ziemlich gut, jetzt, dass du es erwähnt hast. Es ist jetzt alle occupiert. Ja, genau. Ja, genau. Mal davon abgesehen, ja, schön, dass die Inneneinrichtung von der Frau übernommen wird, ne? Äh, aber das nur so am Rand. Okay. Geh, occupier dich selbst irgendwo anders. Ja, mach ich doch. Mach ich doch. Schon seit mehreren Folgen hier. Jawohl. Und dann beschwerst du dich auch noch, Papi. Ehrlich. Ey, ohne Mist. Ja, Alice. Genau. Echt jetzt? Hm. Sehr gut. Das ist richtig. Also, die lebende Jukebox begleitet uns durch das komplette Spiel. Äh, auch wenn da nichts zu sehen ist, ist er doch da. Und er begleitet uns. So, dann wollen wir mal sehen. Ja, genau. Wir haben nicht wirklich viel, äh, Dingens. Wir haben nicht wirklich viel Kohlen dabei. Wir könnten ja irgendwas mal in Richtung, in Richtung Deko machen. Hab ich absolut keinen Bock zu. Weil das alles bloß Deko ist. Äh, Mumpitz quasi. So, äh, Salonhausreparatur beseitigt. Riesigen Fellbüschel, Zerbruschen, Zerbrus hinterlassen hat. Die finde ich eigentlich ganz, äh, ganz charmant. Deswegen lassen wir die mal. Äh, Steadily, äh, Wack, äh, give more of a grown-up look to any bedchamber. Aha, okay. Ein dekorativer, äh, 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 Pelzboden oder sowas. Was ist ein Wack? Ein Fell, ne? Ein Fell allgemein. Äh, sieht auch ein bisschen danach aus. Äh, ja, rein auch leider nur Dekor. So, Hofmusik. Wir können uns leider keine Hofmusik leisten. Was ist, ach, das ist ein Neue. Na super. Asphodilien. Achso, mhm, mhm, okay. Äh, weil wir haben keine Diamanten. Wir haben jede Menge von diesen, von diesen Blutdingern, wo wir, wo ich irgendwie gerade nicht weiß, wo ich, wo ich, wo die hin sollen. Aber naja. Äh, Zerbrus. Älte Hippe. Hier, Junge. Nur so lange, als ob eine von deinen drei Händen diese Päten genießt. Die gelbe Zunge. Total, total lustig. Total niedlich. Wie hat alles getan, Läte? Was ist das gute Wort? Ähm, der Underworld-Prinzessin kasuale Inquiry serves but to frustrate the infernal Hound, as none of his three heads possessed the gift and curse of speech. Höllenhundzerruss ist frustriert, weil er nicht wirklich antworten kann. Oh. Arme Sau. Äh, Hund. Armer Sauhund. Echt jetzt, ne? So stauben die wir jetzt nicht ein. Die haben eins den Titanen besiegt. Warum zum Geier bin ich damit nicht besser? Das kann doch nicht so schwer sein. So, ich überlege die ganze Zeit. Ach Gott, die werden schon wieder. Wir haben keinen Nektar. Wollen wir mal einen kaufen? Ne, die Schlüssel sind mir immer noch zu wertvoll. So, Mist aber auch. Können wir sonst irgendwas in Richtung Nektar tauschen? Diamanten. Ach ne, für 10 Nektar kann man einen Diamanten kaufen. Das ist ja spitze. Oh, hier. Für, puh, was ist denn das? Das ist nicht Nektar. Was ist denn das? Whisky oder so? Für einen Whisky können wir einen Titanenblut kaufen. Das ist total toll. Wir können, oh, für 10 können wir einen Nektar. Oh, das ist cool. Für 10 Klunkerchen können wir hier einen Nektar holen und den Schlüssel können wir uns eigentlich... Ach, guck mal, die können wir reihenweise kaufen. Das ist ja unglaublich. Jetzt haben wir auch 6 davon. Krass. Ich wollte mich Duser einfach mal eingeben. Ach so, ich kann hier leider nur zuhören. Schade. Genau, jeder ist sich selbst der Nächste. Ich glaube, ich glaube, dass es keinen Rass gibt. Wir werden nur schrivelen und sterben in 40 Jahren, wie die Mordel machen. Aber ich weiß, was du sagst. Ich denke, ich werde es tun. Danke. Gut. 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 Schön. Das war es auch schon. Das ist eine riesige Kerze, die auf dem Tisch steht. Fällt mir gerade so auf. Wie geil. Lach nicht so. Warte mal. Wir können aber nichts... Also nichts könnten wir eigentlich auch mal was schenken. Die hat nämlich nix. Ähm, Nix? You've done so much for me. I thought you might like this. A gift as beautiful as this requires reciprocity, dear child. I wished regardless to provide you a token of my love. Bin ich ja gespannt, was sie mir schenkt. Also was für ein Ding ist. I'm very grateful, Nix. Schwarzer Umhang. Kann ich mich jetzt unsichtbar machen? Das wäre immer total interessant. Aber zu quatschen habe ich mit ihr leider nichts. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal weiter. Da bin ich jetzt gespannt, was das für ein Token ist. So, äh, hier... Ja, wir haben sechs Schlüssel und so weiter. Wir könnten dicke Haut weitermachen. Ach so, und hier ist gar nichts mit sechs. Na super. Was waren da noch? Ach nee, die Flinte war noch, ne? Irgendwie diese komische ominöse Flinte, die wir da noch freischalten können. Und ich glaube, das machen wir auch. Aber erst mal hier noch ein bisschen mehr dicke Haut. Alles andere ist schon so ziemlich ausgemaxt. Äh, äh, ja. Hallo, was ist denn eigentlich mit dir? Ach so, du kostest generell mal 500 Verachtungen und damit habe ich dann je Rang erhältst du 50% Leben einmal zurück, wenn deine Lebenskraft geschöpft ist. Alles klar. Das geht jetzt mehr, kann das sein? Das klingt erst mal nur eins oder sowas. Naja, egal. Komm, hier. Erst mal noch mal ein bisschen auf dicke Haut gesetzt. Die zwei sind mir immer noch egal und dann sind wir hier auch schon fertig. Geht ja auch schon wieder lang genug, meine Fresse. Äh, bei dir nichts, Skelly. Ach, ach, das sind scheiße. Na gut, dann sammeln wir halt weiter. Alles gut. So, aber hier haben wir jetzt von Nix den schwarzen Umgang. Warte mal, wenn du Finsternis erhältst, wird Leben in Höhe von 50% des Betrags wiederhergestellt. Boah, ist fuck. Also das heißt, soll heißen hier, wenn ich 10 Finsternis finde, bekomme ich 5 Leben zurück. Das ist doch einfach mal cool. Nur leider gehe ich nicht immer auf diese Finsternis. Na, ist egal. Äh, können wir da glatt mal ausrüsten. Wo bin ich denn? Was ist denn das hier unten eigentlich? Geheimversteck. Was auch immer es enthält, bleibt weiterhin ein Geheimnis. Ist aber schade. So, und dann gucken wir aber auch noch mal hier rein. Wo sind denn? Wir hatten doch irgendwo diese, diese lustigen, diese lustigen, äh, äh, Errungenschaften und so weiter. Eintrag beendet. Na toll. Wo war denn das? Geh mal raus hier. Hier auch nicht. Shit, ich habe irgendwie vergessen. Irgendwo, irgendwo konnte man sich doch diese, diese lustigen Errungenschaften angucken. Das war doch hier im Menü. Bin ich besoffen? Ach ne, das, das kommt immer hier irgendwie so dazu, ne? Irgendwie, oder so, oder, oder whatever. Andere wichtige Figuren, bla bla bla, einfach mal ganz kurz durchgucken, dass wir uns alle mal angeguckt haben. Sanale Waffen, bla bla bla. Da waren doch irgendwo, da waren doch irgendwo so Aufgaben gewesen. Hm, drauf geschissen. Okay, na gut, dann, dann machen wir hier einfach, machen wir nochmal mit, machen wir nochmal mit einem Schild. Ich finde ja den Bogen eigentlich auch ganz geil, muss ich sagen. Aber der Schild ist auch schon cool. Vor allem, weil man halt furchtbar, furchtbar toll schmeißen kann. Na gut, dann haben wir jetzt nichts dabei. Noch einmal, natürlich, noch einmal, noch einmal. So, das heißt, wen haben wir denn jetzt hier? Jetzt ist es nicht immer Artemis, aber es ist wieder Artemis. Scheiße. Hätte ich mal den Ektar doch behalten, aber naja. Bitte. So, Wurf brauchen wir nicht. Spezial wäre hilfreich, tödlicher Tusch. Kraftvoll und hat eine Chance von 20% zu kritten. Das ist cool, denn Sport angefügt mehr Schaden zu. Wir machen mal das mit dem Crit. Weil alles auf Crit ist, äh, ist, äh, kritisch, äh, essential quasi. Und hier brauchen wir gar nicht so lange, so lange rummosern. Die können sich, die werden eh ständig gestagert, von daher. Also bei denen mit ohne, mit ohne, äh, gelber Lebensanzeige. Ich kriege auch noch rumster, rumster. So, da haben wir Finsternis und haben dann direkt irgendwie, hätten direkt irgendwas wiedergekriegt, aber wir waren leider schon voll mit Leben. So, äh, links, nehmen wir doch direkt mal, gehen wir doch direkt mal auf, maximal Leben anstatt Thaler. Hallihallo. So einfach geht das. Au. Aber endlich mal auch ein bisschen was zum Leben wiederherstellen hier. So, da geht's dann direkt auch mit Finsternis weiter. Sehr schön. Hm, Finsternis oder Klunker? Wir gehen auf Finsternis heute. Wir gehen voll auf Finsternis. Wir sind heute richtig finster unterwegs. Na, hier ist ja noch einer. Fast übersehen. Aber nur fast. So. So, und da gab's, wo, wo steht denn das? Also wir haben jetzt 10 bekommen, also quasi 5 wiederbekommen. Alles klar. Aber ich hätte das gerne unten links, oh, Athene mal wieder. Super. Äh, ich hätte gerne unten links einfach mal auch, äh, zahlen. Von wegen, plus, plus so und so viel, plus so und so viel Leben. Ich meine, rechnen kann ich, aber, ich will nicht. Don't get in my way. Ist er tot? Ja. Versteckt sich nicht in der Säule, ne? Alles klar. Natürlich. Gerade eben hat's noch nicht geblunken, aber jetzt blinkt es, mein Handy. Und lenkt mich ab, verdammt nochmal. Ach, Gott. Ja, klopft euch gegenseitig, ihr Spinner, ey. So, Athene, wir haben leider kein Nektar dabei. Das ist voll schade. Hat's ja völlig recht. Äh, pop, 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 pop. Diverse Kommentare auf diverse YouTube-Videos. Ja, ja. So. Zweiter heute, feindliche Angriffe können dir weniger anhaben. Feindliche, zweiter Angriff. Äh, feindliche, dein Spurt fügt Schaden zu und kann ablenken. Den nehmen wir. Das wird sehr hilfreich, obwohl das für Angriff geiler wäre. Äh, dein Wurf verletzt Gegner auf kleinem Raum und kann ablenken. Äh, Wurf nutze ich nicht. Aber der ist Immunität gegen Gegner. Einfach mal 10%. Wäre natürlich auch gut, aber alleine das hilft schon bei der Hydra und so weiter weiter. Oder so, beziehungsweise so generell, dass man die einfach mal aus dem Weg, äh, besporten kann, diese, diese verdammten Geschossangriffe und so. so links klunker, rechts ein Schlüssel. Wir brauchen Schlüssel. Mhm. Mindestens noch zwei. Also, mit dem hier zusammen. Hättest du wohl gerne, Junge. Schlüssel Nummer 7. Und die, na toll, Artemis, Athene oder Chaos? Auf jeden Fall. Stopp, hier habe ich doch noch eine Urne gesehen. Stimmt, Kohlen drin, 10. Toll. So, dann gucken wir mal hier, Auge der Larm hier ist mir eigentlich egal. Ähm, ja gut, für 25 könnte man es mitnehmen. Ich muss das unbedingt mal mit Charon machen. Das war, das war hier diese Scharmitzeldinger ein bisschen, ein bisschen, äh, erhöhen. Weil das ist nämlich auch ein Brunnen, das Charon. Ja, das würde, das würde auch helfen. Das ist irgendwie so 5, 5 oder 6 oder sowas ist. Wir nehmen es mal mit, für 25 kann man eigentlich nichts falsch machen. So, und jetzt Athene oder Artemis. Äh, ja genau. Ähm, beide, beide gute Wahl eigentlich, aber naja. Da braucht noch irgendwas für den Hauptangriff. Hier geht's. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt genauso gut bei dem anderen bleiben können. Aber ich versuche erstmal, die Kollegen hier aus ihrem, aus ihrem Gelben rauszuholen. Ach Gott, die gehen mir gerade tierisch auf die Nüsse. Da war Lebenskampf, äh, Dankeschön, Lami, ja gedöhnt. Und dafür Athene. Ach Gott, ich mag die Musik, muss ich ja sagen. Also gerade diese, diese Gitarren, Riffs, äh, sehr schmissig das Ganze. So, tödliche Attacke, sehr gut. Dein Wurf, ist mir egal, dein Wurf, egal, äh, hier, da. Angriffe können kreten. Sehr schön. So, das ist die einzige Wahl, ist Lebenskraft, das ist okay. Hat das mit dem Blocken oder mit dem Daschen, da muss ich mich immer noch so ein bisschen entscheiden. Hallo. Oh, die hinterlassen alle Burger. Das ist ja so hilfreich. Und das mit dem, das mit dem Werfen, muss ich, darf ich auch nicht vergessen. Dass wir Werfen können. Jawohl, viel zu hilfreich. Hoppala. Upsali. Hallo. Das hättest du gerne. Wer hier nicht gelb ist, der darf auch nicht, äh, der darf auch nicht kontern, dass das mal klar ist. Jawohl. So, noch ein bisschen Leben. Gibt, oh, schön 25, glaube ich, Hab jetzt so nicht ganz drauf geachtet. So, links ist wieder Finsternis, rechts ist Sharon. Wir sind ganz gut bedient mit, mit Leben, deswegen lassen wir das mit der Finsternis malen. Echt jetzt? Zum Beispiel Poseidon. Hm. Oder einfach so ein fettes Power-Up. Das finde ich, ich glaube, ich nehme das fette Power-Up. So, mehr Sportschaden. Ist mir eigentlich egal. dass der Sport halt Sachen ablenkt, das ist das Wichtigste. Mein Spezialist-Kraftverleid hat eine Chance von 20% zu Krippen, dann haben wir auf alles den Kripp drauf. Und das ist ganz gut so. Och, da war ein kleines Bäuerchen. Warte mal, ich nehme mal einen Schluck zu trinken. Und da kann es auch schon wieder prompt weitergehen hier. Alles klar. Ach ja. Mon Nump Skulls. Können Sie ja, hallo. Lecker, lecker Sandwich hier drin. Oh Gott, wie viel das sind, ey. Können Sie alle auf einer Seite sind, das ist ja nicht so wild. Weil dann kann ich ja wunderschön ablocken, ne. Aber so eingekreist ist nicht schön. Guck mal, die, die, die Nump Skulls, die haben Schädel dran, ne. Also die sind irgendwie stärker oder so. Lustig. Wow. Schön, dass die da durch, schön, dass man hier durchdashen kann. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon festgestellt. Aber nicht durch, durch, äh, durch Schilddashen kann. Das ist ein bisschen seltsam. Ganz viele Kohlen. Jetzt kommt, jetzt kommen sie mit den Kohlen, jetzt wo der Shop vorbei ist. Na super. So, rechts ist wieder Event und links ist ein Schlüssel. Wir bräuchten noch einen Schlüssel, aber ich bin halt auf die Events auch scharf. Das kann jetzt, Nexen oder ist es einfach Sisyphus? Alles klar. Es ist gut, dass man das, äh, dass ich das langsam aber sicher auseinanderhalten kann. Hallo. Die tratschen hier auch und ich finde das total lustig. Ne, puh, geht. So, was hätten wir da gerne? Wenn wir jetzt Finsternis nehmen, dann sollten wir da auch eigentlich Dinge ins kriegen. Äh, Leben. So, hier geht's. So, hier geht's. Ups, sind wir wieder voll mit Leben. Sehr geil. Danke, äh, Ziehmutter, nix. So, und hier gibt's ein Nektar. Das ist super. Mach ich. Danke, Sisyphus. Oh, hallo. Ziemlich wenig Platz hier. Überleben wir 45 Sekunden. Äh, wir versuchen's. Genau. Gott, das will. Oh, das ging ja gar nicht mal so unübel, muss ich ja sagen. Also, mit ein bisschen Konzentration, was mir immer schwer genug fällt, geht's eigentlich so. Shop oder Ares? Oh Gott, Ares hat immer so geile Sachen dabei. Wir haben bis jetzt, na gut, wir haben bis jetzt Athene und Artemis. Ähm, eine Dreier-Kombo, ich weiß es nicht. Aber, hm, wir haben 200, 211 Tacken. Scheiße. Ach, komm hier. Yolo. Yolo. Okay, äh, ja, geil. Einfach nur mal die Alternative zum Shop. Es gibt einmal Artemis, äh, einmal Ares und ein bisschen Quatsch und dann direkt hier die Scheffin. Ja, ja, hab ich vor. Kritisch. So, stichelnder Schuss, mir ist mein Schuss egal, äh, Rachefluch. Nachdem du verletzt wirst, kannst du Gegner in der Nähe Verderbnis heraufbeschwören. Äh, auf einen explosionsartigen Schaden, das gefällt mir gut. Das nehmen wir. Wir werden natürlich jetzt nicht, also ich denke, es ist natürlich immer ein bisschen voraus in Richtung, in Richtung, ähm, Theseus und dem Minotaurus. Ich wette es Meg. Näh. Die schon wieder. Mord, Mord. Mord. Das ist die, wo das Spielfeld immer kleiner wird, ne? Und mit Spielfeld meine ich natürlich Arena. Aber es ist ja nur Mord oder Mörder. Ich stehe darauf, dass ich das voll ablocken kann. Das, das, das liebe ich irgendwie so an dem Schild. Die mit der, die alte mit den Klingeln, na, auf die müssen wir aufpassen. Aber die hier ist nicht ganz so schlimm. Oh, siehst du? Nee, schon wieder. Mörder, Mörder. Das ist so toll. Die ist die perfekte, die, die perfekte Gegnerin für meine Schilder. Ohne Scheiße. Okay, ein bisschen, ein bisschen Schaden muss ich natürlich kriegen. Ansonsten wäre das Ganze ja voll unfair. Also, für sie, nicht für mich. Und da ist es schon wieder dunkel. Möge. Oh mein Gott, Mörder. Oh mein Gott, Mörder. Voll lustig. Wo ist sie? Hallo? Selber. Wenn hier einer mordet, dann wirst du das. Und ich finde, da war es. Das gemacht. Hallo. Ich bin gut. 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 Jawohl. I'm a good. Das sind wir so live. Ach ja. So. Schön. Raus hier. Papi ist sauer. War es halt schon viel zu spät. So. Wie sieht es denn aus? Ich gucke einfach mal rein, weil ich wissen will, wie weit wir hier sind. Bestehe hier mit 14 weiterer Scharmelzülle um den nächsten Rang. Ich würde gern drauf zeigen, ne? Frei zu schalten. Wir sind nämlich immer noch bei Rang 1. Mein Gott, das dauert ganz schön lang. Ne? Aber gut, aber dafür ist es mal ein richtig, ein richtig fetter Boni. Und man steht so und ständig bei Finsternis so, so, äh, Zeug draufgekommt. So. Leben brauchen wir aktuell nicht. Truhenaufschwürer ist mir auch egal. Kyklopen haben, dein Angriff fügt 30% mehr Schaden zu für 40 Tacken. Ist mir eigentlich egal. Ist mir eigentlich egal, äh, bis wir den nächsten Shop erreichen. Das passt schon. Going up. Sehr schön. Weiter geht's. Mein Handy blinkt schon wieder. Asphodeliengrund. So, und Artemis ist die nächste. Das lass ich mir natürlich nicht entgehen. So, lass mal sehen, wen haben wir denn hier? Hallo, Hunde. Du kriegst das mal schön auf den Sack, weil du hast kein Schild dabei. So, noch jemand, Hallo, der nächste kommt zum Gespräch. Meine Fresse. Ja, bleib einfach mal da drinnen, bitte. Bleib einfach, na so, blabertot. So, haben wir hier hinten eigentlich noch irgendwen? Hallo, sehr schön, du schon wieder. Na, heiße Füße bekommen, wa? Eigentlich kalte, aber na, ist egal. ausgezeichnet. Shit. Ich hab verpasst den Kollegen. Einfach nur sehr lustig. Hallo, Schatzi. Schatzi will immer noch nichts haben von mir, verdammt nochmal. So, aber hier haben wir was, was, was anderes ersetzt. Sportangriff, ähm, heroisch. Ist das besser? Ich glaube, das ist besser. Ersetzt den göttlichen Sport, der, der Sachen zurück, äh, zurückprallen lässt, ne? Scheiße. Tötliche Umkehr, oh. Nach Ablenken erhältst du kurz eine Chance von 20% kritischen Schaden, von 20% kritischen Schaden zuzufügen. Ah, ah, wir haben eine Symbiose mit Athene. Das ist doch quasi, dann, genau, das, was wir oben mit dem, mit dem, mit dem Sport auch direkt gehabt haben. Das ist cool. Das ist so cool. So, aber wo geht's jetzt hier eigentlich raus, hier drüben? Alles klar. So, Dädalos haben wir oder ein Power-Up? Oh, ob wir das, ob wir das Duo direkt updaten können, das wäre natürlich auch geil. Oh, ja. Also, der mit dem kritischen, tödlichen Sport, jawohl. Käpt'n Sport. Wo sind denn die Gegner von Käpt'n Sport? Ach, hier. Moosland-Dancers. Sau. Ich kann auch weiter wegbleiben, das ist absolut kein Problem. Aber das macht halt nicht so einen Spaß. als sich gegen die Wand zu hauen. Das ist viel amüsander. Ich meine, das ist natürlich die sichere Methode, das sieht aber total scheiße aus. Da bin ich aber gespannt jetzt. Nee, nee, können wir leider nicht zusammen updaten, das ist schade. Jetzt dreh ich einfach mal, nee, warte mal, ich muss schon mal gucken hier. Achtung, äh, wildes Sturmtief im Anmarschen, ausgezeichnet. Danke, Handy. So. Mensch, Mensch, Mensch. So, Spezial ist kraftvoller, okay, Angriffsschaden. Angriffsschaden im Generellen, ja, könnte man eigentlich auch einfach mal wieder machen. Genau. So, äh, hier geht's zu Hermes, hier geht's zu Sharon. Haben wir noch mehr? Ich hab hier drüben nicht aufgebasst, nee, alles klar. Dann mal zu Sharon, wir haben jede Menge Kohlen dabei. Da würde er sich freuen. Tja, voll. Sharon, alter Schrapnel-Fuchs, was hast du anzubieten? Einen Power-Apfel, einen weiteren, ah, oh, was haben wir denn hier? The Searing Flame and Ashes of the River Phlegethon mean nothing to the Ferryman Charon, who travels all the waters of the underworld, bearing the dead, the damned, and all their fineries. Okay. Sehr schön. Okay, da fällt mir aber ein, hier, genau das meinte ich, wir hatten noch irgendwo so eine Errungenschaftenliste, wo man zum Beispiel auch den ganzen Blödsinn, den man hier lesen konnte, wo der mitgezielt wurde. Shit. Ähm, erst mal, erst mal das Power-Up, das ist das Wichtigste. So. Hier, Verderbness-Schaden wäre natürlich auch ganz geil, vor allen Dingen jetzt bei der Hydra, dann, au. Aber generell mehr Schaden, auch nicht schlecht. Und Spezial wäre auch ganz geil. Ach man, komm hier. Brauchen wir was zu futtern? Schon, ne? Hauptsache voll sein. Die Bartsch kommt ja auch noch. Die Bartsch des Todes. Oder so. Au, er von allen Seiten wieder hier. Penner, Alter. Ist doch kacke, was ihr hier macht. Ich hasse diese Laserspinner, ey. Wir sind so überhaupt nicht Laser. Yes, please. Noch mehr davon. Danke. Überhaupt nicht lästig, oder so. Au, lass das. Na ja, falsche Richtung. Mach's mir wahrscheinlich richtig fett schwer. Gerade. Könntest du mal bitte den verdammten Laser da treffen? Das ist ja nervig. Geht doch. Warte, so. Jetzt komm ich rüber. Jetzt kriegst du auf die Nüsse. Oder auf die Nuss. Das ist mir auch egal. Meine Gott. Ah, what the fuck, Alter. Du, doch einfach mal so ein Dreier-Sporn, ey. Ich will nicht Hermes. Bin ich zu Hermes gegangen? War die einzige Wahl, ne? Jaja. Schleim dich ein, Junge. So, so, schneller Holung. Nachdem du verletzt wirst, kannst du durch einen schnellen Sport bis zu 40%. Das ist cool. Das ist wirklich das Einzige, was ich von Hermes mag. Du kannst plus eins nacheinander sprinten. Ich hab nichts gesagt. Das find ich auch gut. Du bewegst dich 30% schneller, wär auch ganz gut. Das Symbol ist dazu ganz nett. Aber ich nehm mal das hier, weil ich sporte viel und ich verliere auch viel, äh, viel und gerne Leben. So, die Jonasas haben wir hier. Hier haben wir noch Poseidon. Also da ist mir dann aber, die Jonasas lieber. Na toll. Wir haben da Auswahlmöglichkeiten. Ich will, ich will das nicht so guterbunt haben. So, was machen wir denn hier? Das ist mir neu. Ach Gott, du sagst schon wieder. Wo bin ich? Au. Das wird mich veralbern. Immer diese, immer diese, Minibosskämpfe zwischendurch. Ist doch voll nervig. Und hier noch dieser, dieser verdammte Klotz, der die ganze Zeit noch runterkommt, ey. Der ist aber auch nicht gerade. Ohne, Alter, die tut das einfach mal schön ein, ein Dingsen. Au. So, sie tot. Komm runter, Junge. Vergessen mal, dass der immer noch, dass der immer noch schön Flächenschaden macht, die Sau, ey. So, jetzt kriegst du auf den Sack, bis du, bis du tot bist. Dass es mal klar ist. Gott, des Willen. Ich hab hier Namen nicht verstanden. Ach Gott. Ach was, okay. Und Dionysus, da fehlt mir auch noch was, ne? Schwippschuss. Äh, nachlese. Äh, ist deine, ist, ist dein Leben nach einem Scharmützel gering, wird sie bis zum Schwemmler. Das hatten wir auch schon mal. Das ist ganz cool, eigentlich. Äh, Explosionsschaden beim Wurf. Ich mag den Wurf nicht. Bei, blablabla Schaden oder weniger nimmst du weniger Schaden. Bei 40% Leben oder weniger nimmst du weniger Schaden. Ah, geil. So ein bisschen Sudden-Death-Gedöns. Das könnte man eigentlich auch machen. Genau wie das eigentlich. Shit. Ach, ne, komm, mach mal das. Das hat eine höhere Seltenheit. Ja, genau. Wie wär's mit noch einem? So, ist das der einzige Ausgang hier tatsächlich? So ein Scheiß, aber Geschmeide bin ich heute irgendwie gar nicht drauf aus. Hm. So, wie sieht denn hier aus? Hier plündern wir erstmal ein bisschen. Hallo, die Herren schon wieder. Da bin ich schön in der, in der verdammten Pampe gestanden. Hört, da schön zurücknehmen den Scheiß, ey. Okay. Au. Hätte fast wehgetan, muss ich ja sagen. Au. Gemstones. So, und hier geht's mit Charon oder mit Leben weiter. Au, 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 wir sind ziemlich böse dran mit dem Leben und die Hydra ist nicht mehr weit. Deswegen verzichten wir mal auf Max Life und gehen in den Laden. Ach, hat aber tatsächlich was Neues. Charon, alter Kumpel. Da hat er völlig recht. Mhm, so schlimm, alles klar. Hier gibt's auch wieder nur maximal Leben. Leck mich doch, ey. Wir haben 200 Tacken, äh, könnten uns die Finsternis, wir leisten uns die Finsternis, denn da gibt's dann direkt mal ein bisschen Leben dazu und jetzt kann ich mir den verdammten Hammer nicht mehr leisten. So ein Scheißer. Nein, ach komm, hier. Fuck. Habe ich jetzt leider erst hinterher gesehen und jetzt die Hydra, jetzt kommt das ein bisschen Scheiße. Naja. Wir wollen mal sehen. du schon wieder. Wir haben leider kein, kein Dash-Effekt, kein Bleiben, denn die Dion ist es zum Beispiel seiner. Ist ein bisschen nervig. Aber wir können die Dinger zurückschmeißen, wenn ich sie denn mal erwischen würde. Abgelenkt. Na toll, aber leider nicht zurückgeschmissen. Das ist ein bisschen schade. Schade. Scheiß Feuer-Gedöns hier, ey. Das nervt ja mal auch total, ey. Hat die eigentlich eine Hinterseite, die Schlange? Ich weiß es gar nicht. Kannst du nicht mal immer mitten im Lava-Pool stehen? Nein, das ist voll nervig, ey. Au. Au. Hallo. Jetzt mal wieder verwundbar hier. Das ist ja voll nervig, ey. Einmal totgetrotzt. Na super. Jetzt schon. Toll. Ach Gott, ja. Weg hier. Positive Einstellung. Was war denn das jetzt schon wieder? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, da ruckelt es aber auch ein bisschen stark hier gerade. Fang auch schon wieder mitten in der Mitte an, ey. So, du bist tot. Du bist irgendwo hinten in deiner Ecke. Toll. Ich finde das sehr, sehr praktisch, dass ihr beide zusammen rumhängt. Jetzt nicht mehr so. Aber ist egal. Toll, weißt du, heute hätte ich mal was mit ein bisschen ein paar mehr Gegnern gebrauchen können. Aber nö. Heute kommt wieder die Variante. Au. Ich kann die auch nicht vernünftig zurückblocken, die Dinger. Das ist Nerv. Au. Au, Kunde, Alter. Gott, ey, Kunde. Ah, ich hasse die. Die weicht doch immer ein Stück zurück, ne? Leck mich doch, ey. Was waren das für die letzten zwei, drei Attacken von ihr? Hatte ich immer so einen gelb-grünen Stern über mir drüber. Ich glaube, das war das von Hermes, dass wir da Leben zurückgewinnen. Ah, das ist ein stupender Hydra. Ja, diese dumme Hydra. Na, gut. Ja, nee, dann wäre es das ja heute schon wieder gewesen mit der Folge nicht Hydra. Hey, die ist. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir haben euch bis zu sehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Musik Musik Musik